Lasst uns mal so ein bisschen heute quatschen über ein immer noch präsentes Problem. Warum ich heute mit euch darüber reden will, weil ich nämlich neulich erst mit einer Freundin geschrieben habe, die sich mit jemandem verglichen hat und genau in dem Gespräch ist mir aufgefallen, oder ist mir wieder aufgefallen, wow, wie deprimierend doch Social Media sein kann. Man sieht sich etliche Bilder an von anderen Menschen, die man selbst nicht kennt und wirst ständig daran erinnert, eventuell durch einige Fitnessbilder, okay, dass du wieder abnehmen könntest oder vielleicht dies und jenes tun könntest. Bevor wir aber weiter darauf eingehen, ist dieses Video gesponsert von Oclean X Pro. Ich habe nämlich nach einer elektrischen Zahnbürste gefragt und habe netterweise eine erhalten. Das ist eine Schallzahnbürste, die ich bekommen habe, die ich sehr praktisch finde. Die Farbe ist nicht ganz meins, muss ich zugeben, aber sie tut, was sie soll, okay? Die gibt es aber auch noch in anderen schönen Farben. Ich habe hier noch den Bürstenkorb, den bekommt ihr auch mitgeliefert. Falls jemand mit einer Handzahnbürste putzt, könnt ihr das auch gerne machen. Mein Ex-Chef hat damals immer gesagt, eine Handzahnbürste putzt genauso gut und ich habe mich sehr lange da geweigert, mir so eine elektrische zu holen, obwohl jeder in meinem Freundeskreis, in meinem ZFA-Freundeskreis eine elektrische Zahnbürste hatte. Ich habe sie leider im Hotelzimmer damals liegen lassen. Ich sage es euch ehrlich, so eine elektrische Zahnbürste erleichtert auf jeden Fall das Putzen. Das muss man einfach sagen. Wenn ihr das mit einer Handzahnbürste macht, könnt ihr das auch weiterhin machen, aber ihr müsst dann halt einfach nur länger und noch genauer putzen. Und ich habe jetzt wieder eine elektrische und bin wirklich sehr, sehr zufrieden. O-Clean X Pro ist eine Schallzahnbürste mit Touchscreen und Bildzonenerkennung. Es gibt hierzu sogar eine App, die ihr auf eurem Handy runterladen könnt und da könnt ihr euch individuelle Reinigungspläne erstellen, was auch sehr, sehr praktisch ist. Die Schallzahnbürste könnt ihr auch in mehreren Stufen einstellen, wie ich euch gerade am Anfang gesagt habe. Sie hat nämlich auch eine gute Reinigungsleistung und reinigt wirklich super sanft die Zähne. Und übrigens stammt der Bürstenkopf von Duopont. Diese Marke bietet nämlich auch Bürstenköpfe für zum Beispiel Oral-B und Philips Zahnbürsten an, wie ich gelesen habe, weil die halt günstiger sind als die originalen Philips und Oral-B Bürstenköpfe. Ich werde euch natürlich noch einen Link in die Infobox setzen. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Die Zahnbürste ist auch ehrlich gesagt sehr günstig. Normalerweise zahlst du ja so um die 200. Hier, die Zahnbürste kostet 50 Euro. Okay Leute, wo waren wir stehen geblieben? Es ist egal, ob du schöne Haare von jemand anderem siehst, das Make-up ist on fleek oder wie schon eben gesagt, die Figur, die Nägel, alles mögliche. Dieses ständige Konsumieren führt letzten Endes dazu, dass du irgendwann anfängst, dich selbst zu hinterfragen. Wisst ihr, an der Stelle fällt mir auch ein, dass halt viele auch dazu sagen, dass diese Plattform fake ist. Ich wollte halt wissen, wo genau das Problem liegt. Warum sagt man das? Warum trifft man diese Äußerung? Oder welche Aspekte der Schönheit sind zu unserer Norm geworden? Ich habe überlegt und habe über das Gängige nachgedacht. Braune Haut, Fake-Wimpern, Fake-Po, Fake-Brüste, Lippen aufgespritzt und so weiter und so fort. Ich höre immer wieder, Instagram ist die Plattform, die schuld ist. Aber es ist ja nicht Instagram direkt, also die Plattform an sich, die unauthentisch ist, sondern eher die Leute, die sich auf der Plattform tummeln. Das bringt mich auch gleich zu der Frage, ist unsere Community bzw. die Beauty-Community fake? Ist unsere Beauty-Community schädlich? Versteht mich nicht falsch, mir ist schon bewusst, dass jeder versucht immer nur das Beste aus sich herauszuholen und die positiven Dinge von unserem Leben zu zeigen. Und außerdem ist Instagram nun mal so eine Plattform, die halt sehr oberflächlich ist. Es ist jetzt nicht so wie ein YouTube-Video da, wo man den Menschen ein kleines bisschen besser kennenlernt. Weil man hier auch mehr Zeit hat. Meistens beschränken sich die Videos auf Instagram so auf eine Minute, dann gibt es halt noch Reels auf 30 Sekunden höchstens. Wobei IGTV wäre eine Möglichkeit mit 15 Minuten. Aber ansonsten ist Instagram dadurch bekannt geworden, dass es war halt eine Bildbearbeitungs-App ursprünglich, wo du halt ein paar Filter benutzen konntest. In den letzten zwei Jahren ist mir dazu auch aufgefallen, dass der Trend immer mehr zu Body-Positivity geht. Positivity, was ich auch sehr, sehr gut finde. Da müsst ihr, bitte versteht mich nicht falsch an der Stelle, finde ich wirklich sehr gut und entwickelt sich auch in eine gute Richtung bis zu einem gewissen Punkt. Ich würde das, also diesen Trend Body-Positivity ehrlich gesagt auch nur bis zu einem bestimmten Maß genießen. Irgendwann geht es mir meiner Meinung nach zu weit. Das ist genauso wie mit diesen ganzen Beauty-OPs. Irgendwann ist es einfach zu viel. Wie ich schon immer gesagt habe, ich verteufel das nicht komplett. Ich sehe es nicht nur schwarz und weiß. Aber irgendwann ist einfach zu viel. Was ich persönlich gut finde, dass Mädels sich auf jeden Fall mehr mit Cellulite zeigen, mit Schwangerschaftsstreifen, mit Krampfadern, mit einfach so natürlich, wie man halt ist. Ich meine, es ist einfach normal. Genauso gut kann es aber auch normal sein, überhaupt keine Dehnungsschreifen zu haben oder überhaupt keine Cellulite. Und da ist es auch, wo ich mir manchmal so die Gedanken mache, warum wird das dann direkt als, wie soll ich das sagen, als unauthentisch bezeichnet oder als fake bezeichnet, weil diese Menschen, die halt mit guten Genen gesegnet worden sind, die halt keine Cellulite haben und so weiter, das macht die ja nicht fake. Die können ja nichts dafür, dass sie halt keine Cellulite haben. Versteht ihr, was ich meine? Oder direkt nach der Geburt wieder in Size Zero passen. Das ist halt einfach die Genetik, die da natürlich auch mit reinspielt. Das lese ich halt auch ganz oft. Ja, das ist voll realistisch, direkt nach der Geburt wieder in die alten Jeans reinzupassen. Es gibt halt Frauen, die sind einfach so. Ich habe auch nicht direkt reingepasst, aber das heißt nicht, dass ich dann deswegen andere schäme, weil sie halt in unseren Köpfen, in den Köpfen der Gesellschaft das perfekte Bild abgeben, weil bei denen alles so problemlos klappt. Die Sache ist, Leute, obwohl diese ganzen Sachen natürlich sind, Schwangerschaftsstreifen und so weiter und so fort, dass wir gelernt haben, Bilder abzuladen, die gefiltert sind, wo du eine Retusche eingelegt hast, wo du vielleicht deine Nase kleiner gemacht hast, wo du deine Augen noch größer gemacht hast, Lippen noch größer gemacht hast und so weiter und so fort. Ganz nach dem Motto, du siehst auf dem Bild nicht so aus, wie du es gerne hättest, kein Problem. Bestes Beispiel? Facetune-App regelt das schon für dich. Ich glaube, dass wir dadurch, wenn wir so eine App nutzen und solche Bilder dann hochladen, ich denke, dass wir dadurch auf jeden Fall eine Lüge vorleben. Wir belügen ja nicht nur die anderen Menschen, sondern was viel wichtiger ist, dass wir uns selbst dabei belügen. Das muss man erst mal verstehen. Man kann denken, ja, da ist doch nichts bei, aber es trübt irgendwann dein Selbstwertgefühl. Fakt ist auf jeden Fall, wenn du rausgehst, gehst du ohne Filter raus. So kannst du nicht einfach einen Filter auflegen und mit anderen Menschen sprechen. Das geht im realen Leben einfach nicht. Es trübt nicht nur unser Selbstwertgefühl, sondern auch unser Selbstvertrauen. Irgendwie, wisst ihr, ich habe auch so extrem lange darüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist. Wer definiert in unserer Gesellschaft Schönheit oder in unseren Augen Schönheit? Es ist meistens immer das Gleiche. Früher waren das ja auf jeden Fall ganz groß die Stars. Mittlerweile geht eher die Tendenz zu den Influencern. Influencer geben Trends vor Influencer. Wobei auch Vereins sind immer noch Stars, aber Influencer sind irgendwie der Shit. Influencer dürfen Schönheit definieren. Oder auch Stars dürfen Schönheit definieren. Und Normalos anscheinend nicht. Warum ist das so, Leute? Mir ist aufgefallen, dass erstens, wenn Leute in der Öffentlichkeit stehen, dass sie enorm unter Beschuss stehen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel so jemand wie ich, was ich voll oft höre, ja, warum sind deine Augen nicht gleich groß? Oder warum sind deine Augenbrauen nicht auf einer Höhe? Oder sehen nicht gleich aus dem Klar? Man steht ständig unter Beschuss und kriegt ständig von Leuten irgendwie was gesagt, was dem einen oder anderen eventuell Minderwertigkeitskomplexe hervorrufen kann. Das führt wiederum dazu, dass sich diese Leute diversen OPs unterziehen, weil sie natürlich diese Makel, die sie halt ständig vielleicht zu hören bekommen, beseitigt haben wollen oder auch unter anderem, weil es sie selbst stört und dadurch, dass andere das sagen, fühlt man sich dann nur noch bestätigt. Und dann versucht man das halt einfach zu beseitigen, um von einer Gesellschaft akzeptiert zu werden. Das wiederum setzt aber auch Normalos unter Druck, genauso aussehen zu müssen, immer top gestylt sein zu müssen. Jetzt zum Beispiel nach der Geburt am besten, gleich nach der Geburt am besten, immer top gestylt rumzulaufen, rumzuhüpfen, direkt top form zu sein. Jetzt kommen wir zu der ganz großen Frage, Warum wird es als Fake definiert, wenn Influencer sich jetzt zum Beispiel total viele Filler ins Gesicht setzen lassen, Lippen aufspritzen lassen und so weiter und so fort? Meiner Meinung nach ist es, Leute, also wieder einmal sage ich, es ist für mich ein Unterschied, wenn du eine Beauty-OP gemacht hast, ja, aber immer noch, wie du selbst aussiehst. Du kannst dir jetzt zum Beispiel eine Sache verschönert haben an deinem Körper, ja, aber dieses, jeder versucht auf Instagram wirklich so zu aussehen wie der andere. Niemand hebt sich mehr von dem anderen ab. Wenn ihr euch mal die Gesichtszüge von Influencern anguckt, die sehen mittlerweile alle gleich aus. Wie ich im letzten Video besprochen habe, ging der Trend ja mehr zu Foxy Eyes und genau das sehen wir. Jeder sieht mittlerweile gleich aus. Ich kann die alle gar nicht mehr unterscheiden, außer von den Haarfarben. Natürlich, wir müssen uns alle klar machen, wir sind Menschen. Wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, wir sind unvollkommen. Und genau das macht uns zu einem Individuum. So Mädels mit Beauty-Sachen und so gucke ich mir wirklich nicht an. Weil ich mir immer wieder vor Augen führe, dass wir in einer Welt der digitalen Manipulation leben. Wenn du Facetune nutzt, dann wurde dein Bild digital manipuliert. Fertig. Zum anderen sehen wir das auch als Fake, weil diese Sachen, es ist einfach nicht realistisch, sich nonstop irgendwelchen Beauty-OPs zu unterziehen, ständig irgendwas im Gesicht machen zu lassen. Es geht erstens auch voll ins Geld. Wer kann sich das leisten? Ein Otto-Normal-Verbraucher kann sich das einfach nicht leisten. Und daher ist das einfach unrealistisch, solchen Beauty-Standards zu entsprechen. Und das lässt uns ständig zu der Frage kommen, warum sehe ich nicht so aus? Ich möchte dazu zum Schluss auch sagen, dass man das Ganze nicht nur einseitig betrachten darf. Teilweise habe ich auch das Gefühl, wenn es um Social Media geht, dass immer nur alles wirklich verteufelt wird und das kann man nicht. Klar gibt es viele Sachen, die man auf jeden Fall hinterfragen muss. Aber jeder muss für sich entscheiden, wie er Social Media nutzen möchte. Ich für meinen Teil nutze Social Media, um mir mehr Wissen anzueignen, größtenteils. Ich gucke mir auch viel Scheiße an, also viel Scheiße mit einfach lustigen Videos, worüber du lachen kannst. Ja, Leute, ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe. Ich glaube, das Letzte, was ich sagen kann, ist, dass man sich halt immer wieder vor Augen führen muss, dass auch Influencer ganz normale Menschen sind, auch wenn sie halt immer das Perfekte von sich öffentlich zu zeigen. Einfach auch, damit sie nicht so eine große Angriffsfläche geben. Zum anderen müssen wir auch irgendwie von diesem perfekten Erscheinungsbild loslassen. Das ist keiner. Das ist keiner. Und ich wünschte einfach so sehr, dass ich diese Erkenntnis auch schon 2016 gehabt hätte. Das ist das Schöne, wenn du älter wirst. Wenn du älter wirst, ich sage euch, da lernt man sich zu akzeptieren, wie man ist. Es ist für mich ein großer Unterschied, wenn du Make-up auflegst oder wenn du dein ganzes Gesicht voll mit Fillern machst in so einem jungen Alter. Heißt nicht, dass ich auch Filler oder Botox oder was auch immer verteufel. Wenn du älter bist, sehe ich da eher die Notwendigkeit, es zu tun, wenn du jetzt eine Falte hast. Es ist halt einfach eine persönliche Entscheidung, die halt jeder für sich selber treffen muss. Und ich sage euch ehrlich, in der heutigen Zeit tun mir einfach nur Mädels leid, die jung sind und mit solchen Sachen ständig konfrontiert werden. Gerade, weil ich halt weiß, wie ich noch im jüngeren Alter war, bis zu meinem 21. Lebensjahr. 21 oder 22, nicht, ich glaube 21. Und ich weiß einfach, wie sehr einen das mitreißen kann. Ich denke, das war es heute mit meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne einen Daumen hoch. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns auch ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020